Nicht so stark, das ist schon mal etwas. So, und finally... Ey! Wunderbar, erlöscht. Ja, ja. So, Hans kommt nämlich jetzt hier im Spiel und... Äh, ja. Wenn man sich jetzt mal die Relationen anguckt, Hans ist Level 5, Anri gerade Level 4 und, äh, und Tao ist schon, äh, Level 8. Also, das ist schon nicht schlecht. Das ist der Hammer. Ganze Ecke, ne? Würde ich mal so behaupten. Und gucken. Okay, ähm... Er kommt, dann soll André hier mal töten. Toten sind ledernden Mäusen. So, dann ist die... Die Ledermaus da. Ach so, ja, gut. Dann... Woher kommt er denn hier? Ach so, er. Ja, dann soll er den Scheiße holen. Er wurden's darf. Hm, lecker. Ja, ich glaub, für Tao wird's langsam ein bisschen eng da drüben. Aber das kriegen wir gleich auch noch gerettet, das Ganze. Oh, oh, Doppelangriff. Oh, bitter, bitter. So. Dann... Das lohnt sich irgendwie nicht so. Ja, komm, dann lass mich. So, weg. Schön kaputt. Ey, der wird fünf. Ja, dann machen wir's doch jetzt ganz blöde. Chris greift an. So. Auch neun Punkte, ja. Schlecht. Aber er kriegt natürlich kein Level dafür. Toll. Vergebene Liebesmühe. Sie milligrams. Sie pängt immer noch fleißig. Toll. Ähm... Bam, bam, bam. Ich mach das Viech kaputt. Ja, ich glaube mit den drei Zauberern werden wir noch Spaß haben. Ja, ja. Ja, es ist ja wieder verfehlt. Schlimm. Einfach schlimm. Und das Flug nochmal rum? Ey, was ist denn hier wieder los? Das ist immer dasselbe. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder so einen richtigen Run hier mit danebenhauen. Röwe heilt Tau erstmal. So, dann kriege ich das Bom hier auch runter. Ach komm, Gott, töte die jetzt nicht mehr. Komm hier. Ey. Ich wusste, es ist immer dasselbe. Echt. Weißt du was? Komm hier. Komm. Handeln. Wie geil. Sie trifft nach oben. Und Level. Level drei. Oh. Wie süß. Oh, sie ist auch schon gelevelt. So. Wo bringt sie das jetzt zu Ende? Eng. So, Anri möchte ich nämlich auch richtig schön aufleveln. Das lohnt sich auf jeden Fall. Zauberer sind ja bekanntlich sehr stark. So. Komm. So. And. Und. So. 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 Okay, da unten war also auch noch eine. Ja gut, das kann Hans mal... Ach, jetzt habe ich mich verklebt. Verdammt. Kommt hier hin. So, die olle Lupe. Die, äh, passierende. So, Borti kommt hin. Können wir schon mal anlocken, ein bisschen. Okay, die Penny geht jetzt nicht mehr. Na, und Tau pennt weiter vor dir vor dir hin. Ist das nicht toll? So, wie wer hat jetzt? Sie hat jetzt... So, und er hatte, er hatte auch noch was. Ja, komm, wir machen jetzt so, wir gucken hier erst mal nach, was das... Ja, wir gucken erst mal nach, was das überhaupt hier ist, hier. Feines. Oh, Powerwing. Oh, der ist gut, den brauchen wir. So, wir hatten noch was frei. Er nicht. Hans, ob der noch was hat. Oh, der hat... Ach, nee. Okay, wir müssen halt jetzt mal her. Doch, wir hatten noch was frei. Ja, dann schicken wir den doch mal hier hin. Andere kann sich sowieso nicht mehr zaubern. Ich gucke sich das doch mal an. Ich gucke sich das doch mal an. Was ist denn hier? Na, endlich. Meine Fresse. So, halt. Weiter da unten hin. Okay, Kennenpunkt hier nach oben. Naja, besser als gar nichts, ne? Besser als in ne hohle Handtisch schießen. Richtig so ernst, ne? Nein, nein. Na, komm, den können wir auch mal nach oben schieben. Bis dahin. Dr. if